Dieses Tutorial zeigt, wie die Länge der Fußnoten-Trennlinie in Microsoft Word angepasst werden kann. Ich hatte bereits gezeigt, wie man eine gänzlich andere Fußnoten-Trennlinie erstellt und auch den Abstand zu den Fußnoten ändert. Für die Längenbearbeitung geht man auf den Reiter Ansicht und im Bereich Ansichten hier auf Entwurf, dann auf den Reiter Referenzen, bei älteren Word-Versionen kann der auch Verweise heißen und dann hier auf Notizen anzeigen. Dann wählt man Fußnoten-Trennlinie aus und kann diese Fußnoten-Trennlinie per Doppelklick und drücken der Entfernen-Taste entsprechend löschen. Und jetzt kann man ganz normal mit der Steuerungstaste und dem Minus neben dem Nummernblock eine Fußnoten-Trennlinie hinzufügen, die eine beliebige Anzahl an Zeichen hat. Also das heißt, die kann sehr, sehr lang sein, so breit wie die Seite beispielsweise oder eben auch relativ kurz. Das kann man hier an der Stelle mit Steuerung und Minus entsprechend einstellen. Um wieder in den Standardmodus zurückzukommen, einfach auf Ansicht und dann auf Drucklayout.